So, da bin ich auch schon wieder, in der nächsten Aufnahme-Pokémon-Race. Und ich werde mir jetzt mal ganz kurz Zeit lassen, weil jetzt muss man eine Taktik überlegen, weil, wie gesagt, ich bin ja mehr Draufhauer. Wie können wir die Platten machen? Problem ist Punkt 1. Meine Pokémon werden paralysiert oder verwirrt oder eingeschläfert. Und ich muss mich heilen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal einkaufen. So, das wird das Beste sein. Halt hier runter, glaube ich. Ja, genau. Na, was gibt es denn? Supertrank werde ich mal kaufen. Mal 10 Stück, das ist das Wichtigste. Paraheiler kaufen wir auch mal so um die 10. Und Aufwecker kaufen wir um die 10. So, Vorsichtshalber. So, und jetzt müsste es doch möglich sein, die nicht in Arenaleiter zu schlagen, ey. Oder Arenaleiterin. Die Pokémon, die können nichts. Gut, meine auch nicht, aber egal. Ich muss einfach nur durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Durchbruch, da drauf. Kampf, Body Slam, da drauf. Ah, sonst schon bin ich paralysiert, was schlecht ist. Ach, verdammt. Ähm, Durchbruch. Und nochmal schnell heilen. Ach, ja, komm. Ich mach dich trotzdem platt. Ich hab's im Blut, äh, im Urin. Ha, Punkt 1. Sehr geil. Dass mir das nicht früher eingefallen ist, ey. Nervig. So, Achtung. Na, komm. Durchbruch, da drauf. Kampf, Body Slam, da drauf. Surfer. Jawohl. Skarabon ist echt geil, ey. Halt. Da drauf. Kampf. Äh. Kein Risiko eingehen. Ah, fuck you. Jawohl. Ach ja, geil. Nummer 2. Und 32. Jawohl, baby. So, nochmal. Na, jetzt machen wir das Aquana platt. Und nochmal einen Supertrank auf Skarabon. Sonst kratzt der wieder ab. Ah, Gott sei Dank hab ich's, äh, hier gemacht, ne? Aber ich muss nochmal machen. Skarabon darf nicht sterben. Ach, mit so'n scheiß Sofa, ey. So, bam. Ja, mein Pokémon hat Skarabon. So, ich glaub, diesmal wird's gut. Das ist jetzt übrigens, ähm, Assassin's Creed. Brotherhood. Musik. Gehen kein Risiko ein. Nein. Nein, nein. Ja, ha, 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 ha. Perfekt, Alter. Perfekt. Ja, ha, ha, ha. Das ist der zweite Ort. Und Loblood entwickelt sich. Loblood entwickelt sich. Glückwunsch zu Megania. Self-State. T03. Aquarelle. Ach, Aquarelle. Ist nicht so doll. So. Jetzt nochmal schnell, äh, ins Pokémon Center. Nochmal self-staten, weil... Ich muss jetzt gucken, wo ich hin muss. Ich hab nämlich keine Ahnung. Hab ich die Karte eigentlich mit? Ne, so wie es aussieht, hab ich die Karte vergessen. Das macht... Ach, verdammt. So. Das macht aber nix. Ähm, gehen wir einfach mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Da müssen wir raus. Ja, genau. Hier wurde alles verwüstet. Blablabla. Okay. Team Rocket. Mach Holo. Pokémon Impergator. Ähm... Aquaknarre. Nach dem dämlichen Geowulf, Alter. Bringt das eh nix. So. Genau, ich werde jetzt auch mal... Naja, komm. Nicht quatsche. Pokémon wechseln. Nein. Okay. Das Ganze nochmal von vorne. Und jetzt gleich wechseln. Quatschen. Bleibt keine Zeit. Blablabla. Fighten. Komm, 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 komm. Blablabla. Bäm. Ja, gut. Und den Hintern von Impergator müsst ihr euch mal angucken, ey. Also, es sieht zumindest aus wie ein Hintern. So, ich glaube, wir müssen... Ne, da lang nicht. Dann müssen wir hier runter. Route 5. Ähm... Äh, war war da lustig? Ach, fuck you. Dann gehen wir einfach durch den Diktatunnel. Können wir gucken, ob wir hier... Oder... Kein Diktatunnel, einfach nur ein Tunnel. Route 6. Ja, kämpfen. Kämpfen ist sehr gut. Hat auch plus zwei... Pokémon. Pokémon. Ähm... Mal gucken... Wie wir... Den Blatt kriegen am besten. Na komm. Jawoll. Perfekt. Nein, nicht wechseln. Schnell, 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 schnell. Hinstoß ist mir vollkommen egal. Schluck fehl. Bäm. Und... Ach, verdammt. Komm. Jawoll. Volltreffer. Hahaha. Ah. Ja, du willst auch kämpfen. Ey, ich weiß, was du kämpfen willst. Deswegen, komm, kämpfe mir. Was hast du? Schillok. Pff. Verdammt. Biss. Na, meine Zähne sind stärker als dein Panzer, deswegen kann ich dich beißen. Guck mal, das sieht doch aus wie ein fetter Hintern. Wahrscheinlich ist es Fuß und Schwanz, aber es sieht lustig aus. Sehr lustig. So, du willst doch auch noch kämpfen. Jawoll. Teddy Osa. Osa, Osa. Teddy Osa. Osa, Osa. Hat gar nichts drauf. Gar nichts. Oh, nix. Jawoll. Nein, nicht wechseln. Vergatter macht die jetzt alle kurz platt. Weil ich könnte jetzt auch mal... Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ne, das ist natürlich schlecht. Äh. Äh. Ja, super. Okay, es war eine saublöde Idee. Dann kommt wieder Imperator. Wie vor. Erschöpfung. Ach, der Garadus. Bam. Ja, gut. Texel 21. Sehr cool. Osa Ring, da kannst du mal dein Glück probieren. Wenn nicht, stupst du eh. Boah. Na, das wird nix. Okay, dann wieder Imperator. Ah, nein. Nicht. So. Ach, dämliche. Ja, ja, ja. Ähm. Ach, komm, Schillok. Dann du. Ist doch auch was ab. 24. Ja. So. Halb. Pokémon wechseln. Zu... Bop, bop. Megania. Und hoffen, dass Megania was reißen kann. Ähm. Ja, Level 50. Fick dich doch, Alter. Pssst. Ja, ja, nee, ist klar. Level 50. Wahrscheinlich. Ja, das ist nicht sehr effektiv. Ganz toll. Aber das funktioniert. Bäh. Ja. Und Zwischenstand. Wir sind bei 6.14. Ähm. Ach. Nein. Das kostet wieder Zeit. Ohne Ende. Das muss wieder Skaraborn richten. Denn die anderen sind da ein wenig knapp bei Kasse. Wobei jetzt wieder Level 18 der Pokémon kommen. Super. Ach, ja, 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 ja. Dann Megania probierst du nochmal. Danke. Und gleich 33. Perfekt. So muss das laufen. So muss das laufen. Tun, tun, tun. Tun, tun. Na, komm, nochmal. Jawohl. Ben. Ha, 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 ha. Na, oh, nochmal einer. Okay. Megania kann jetzt eh nicht mehr. Moskara-Bohrenloch 34. Schon erledigt. Perfekt. Radikal. Nein. Und nochmal Durchbruch. Klar habe ich den Camper besiegt. So. Na. Pokémon wechseln. Ähm. Ich lasse jetzt doch mal Glutexo drin. Denn wir müssen jetzt erstmal aufs Boot, wenn ich mich nicht irre. Und haben jetzt erstmal hier jede Menge Kämpfe zu bestreiten. Was gut ist. Da kann man auch ein bisschen leveln. Da kann man auch ein bisschen mehr. 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 Vielen Dank.